Von Wikimedia Deutschland und wir finden, Bildung sollte keine Frage des Geldes sein. Noch mal von vorne, sorry. Hallo, wir sind Bernd und Lilly von Wikimedia Deutschland und wir finden, Bildung sollte keine Frage des Geldes sein. Deswegen finden wir es einigermaßen absurd, dass die Abitur und zentralen Prüfungsaufgaben der Vorjahre nicht einfach so jedem frei zum Lernen zur Verfügung stehen. Denn die wurden ja mit öffentlichem Geld finanziert, also Abi-Aufgaben werden von Lehrerinnen und Lehrern erstellt. Und deswegen sollten sie auch für die Öffentlichkeit im Internet wieder kostenlos zur Verfügung stehen. Und du kannst dabei helfen, dass das so ist in Zukunft. Du kannst beim neuen Portal von Frag den Staat und Wikimedia Deutschland, Frag Sie Abi heißt das, mit zwei Klicks die Abituraufgaben befreien. Also mach mit bei Frag Sie Abi.